Der Baum ist der Geiste. Ich will nicht jemanden, der neben mir ist. Aber ich kann meinen Rang mit deiner Hilfe ausüben. Ich bin Groot. Ich habe eine Idee. Was? Du wirst es lieben. Wo sind wir? Wenn ich jetzt wieder hin und her fliegen muss, raste ich wirklich aus. Das ist in meinem Geist. Es scheint ein bisschen leer. Ich habe das nie mit niemandem vorher. Und du hast nicht sterben oder nichts. Das ist großartig. Ich war nicht sicher, was funktionieren würde. Aber es war. Ich bin nur glücklich, dass du glücklich bist, Mantis. Ich bin glücklich. Ist das so nett? Diese island hier represents deine subconscious mind, Peter. Und diese anderen islands represent deine Freunde. Gamora könnte irgendwo in der Galaxie sein. In order to find her, we'll need to build a bridge. A bridge? Ja. A bridge of feelings. I won't be able to do it myself. I'll need your help. Yeah. I don't get it. But I'm willing to go along with it. My abilities as an empath will allow me to translate your emotional connection to the Guardians into a physical connection. If we can reach your friends islands, we'll learn where they are. Now, I need you to concentrate very hard. When you think about the Guardians, what emotions do you feel the strongest? Äh. Lol. Muss ich das jetzt auswählen? Ähm. Ich würd sagen Liebe. Wir nehmen immer Liebe. Oh! What the hell was that? On this plane, emotions are able to take physical form. Those are memories that you can connect to with your feelings. If we focus on your emotional relationships with the rest of your team, they will be easier to find. Hmm. I can get her back, Peep. If we charge the force, we can revive Lyla. I can get her back, Peep. If we charge the force, we can revive Lyla. You're the one who's gonna keep us from falling apart. You're doing well, Peter. I'm beginning to sense Gamora. Yay. Heh. Oh, boy. This is my chance, Peter. To protect my new family. Curious. Your bond with Drax is very strong. But I don't understand. You... You can sense Drax, but... Drax is dead. I... Can't explain it. But I can certainly feel his presence through your emotions. Yeah, okay. Uh... If we charge the force, we can revive Lyla. I can get her back, Peep. If we charge the force, we can revive Lyla. You've told me how you feel about the Guardians. That's good. But in order to find your friends, I'll need more. How do you think your friends feel about being Guardians? Oh. Uh... 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 I'm... I would say I've been going through it. Because, uh... Many people think one thing will always be able to do it. It's the only thing that keeps me alive. It's the only thing that keeps me alive. Ah... It's the only thing that keeps me alive. I'm sure it's the only thing that keeps me alive. Ich bin ein Monster. Er war ein Monster, ja. Aber er war auch meine Familie. Die Episode soll übrigens nicht so lang sein wie die anderen. Boah, ich bin unfassbar müde. Wir haben übrigens immer noch nichts mit gut. Ich bin beleidigt. Ich habe alles geschehen. Auch die Dinge, die mich an meinen liebenen Kamaria und Hobart erinnern haben. Das ist... sehr unverschließend. Aber bitte, weiter versuchen! Du machst großartig! Ich dachte nicht, dass ich so viele Emotionen fühle. Ich bin so... tief. Jetzt noch ein Schnurrbart. Du und die Guardian haben so viele fantastische Spiele gehabt. Wie beschreibst du deinen glücklichsten Moment mit ihnen? Ähm, ich würde sagen Stolz. In Minecraft geht das mit Brücken ja irgendwie schneller. Hey, ich war durch die Tür und Fangen. Ich konnte sie nicht zu spüren. Ja, was mache ich jetzt? Lauf ich jetzt zum Rocket? Der Destroyer hat Verwärts. Drax, der Destroyer hat Verwärts. Drax, der Destroyer hat Verwärts. Wieder einmal! Ja. Drax ist zurück. Wenn Drax noch da draußen ist, dann können deine Gefühle uns an ihm führen. Äh, ist jetzt die Frage. Ähm, wenn ich jetzt das... Ich wollte jetzt eigentlich erst das mit Gamma machen, aber ich werde jetzt tatsächlich erst die Drax-Geschichte machen. Alter, wenn der noch lebt. Geil! Ja. Warte, das ist... Was bedeutet das, Mantis? Das bedeutet, Drax... ist alive! Und das bedeutet, dass du ihn verletzt hast. Puh, Drax! Er muss so schrecklich sein. Nein. Nein, es gibt keine... ...hier, dass er zurückgegangen ist. Wahrscheinlich ist es. Das zeigt, dass er alive ist. Wir können ihn nicht so gut finden. Die anderen werden so glücklich, dass er noch alive ist. Seine Verletzung hat so viel Verletzung. Hoffentlich wird das verletzt, was in deinem Team verletzt wird. Nein, also... Sitz mal ohne Scheiß. Ich glaube nicht, dass das was ändert, weil die Entscheidung hat Peter ja trotzdem getroffen. Gamora ging es ja darum, dass er sich so entschieden hat. Okay, wir wissen, wo Drax ist. Aber wir sind nicht fertig hier. Schau mal. Ah, okay. Ich glaube, wenn wir tatsächlich Gamora... Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Gamora bei uns ist. Ähm, und dann hätten wir jetzt quasi Rockets suchen können. Ich glaube, dass das Spiel quasi dasselbe ist. Egal, wen du verliest. Ich glaube, dass das Spiel quasi dasselbe ist. Egal, wen du verliest. Thanos ist weg. Also ich weiß, dass es einen Weg gab, in dem man Rocket und Drax quasi gehen und man Gamora hat. Das sind die selten Emotionen, die du fühlst, Gamora. Das ist eine große Emotionen, die du fühlst, Gamora. Deswegen, ich denke mal, dass das Level hier immer dasselbe ist. Aber halt je nachdem... Also warum soll ich jetzt gucken, wo Rocket ist? Ich weiß ja, wo der ist. Na ja, hätten sie vielleicht anpassen können, finde ich. Aber gut. Dann gehen wir mal da ran. Oh nein. Ich weiß gerade. Ich bin hier. Ich bin hier. Das ist Thanos' kreinigung, aus der Gemすprache. Gemora hat ihr Vater. Warum würde sie zurückgehen? Danke, jetzt noch ein Schnurri und alles. Das ist ja wohl eine blöde Frage, oder? Ja, wir holen natürlich Drax's. Das ist ja wohl eine blöde Frage. Das ist ja wohl eine blöde Frage. Das war, das war, du kam aus dem, du kam aus dem, du kam aus dem, du kam aus dem? Das ist fantastisch! Das ist ja wohl eine blöde Frage. Das ist ja wohl eine blöde Frage. Das ist ja wohl eine blöde Frage. Das war, das Worm hat mir keine Worte. Wie kann diese Worte mehr für mich als wir gegen Thanos sein? Ich weiß nicht. Vielleicht ist das, dass du weitergezogen hast. Wenn das wahr ist, dann ist das wie ich hatte. In der Mitte der Krieg, ich fühle mich so... ...und nichts anderes. ...und nichts anderes. Ich habe keine Worte für Kamaria gebeten. Ich glaube, dass ich... ...dass ich... ...dass... 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 ...dass ich hier verließe. Ich schaue, dass, wenn ich es verletze... ...Kamaria... ...eine zweite Mötung sterbe. Diese Gefühle werden nicht stoppen. Ich denke, das ist überhaupt nicht wahr. Deine Erinnerungen von deiner Familie werden immer noch lange dauern. Kamaria wird immer Teil von dir sein. Das ist unmöglich. Sie ist nicht Teil von mir. Sie ist tot! Ich bin Angst, dass ich etwas Angst habe. Oh... ...wenn ich nur bin tot. Diese Gefühle werden mir keine Gefühle gemacht. Keine Ahnung, wie schwer ich versuchte. Okay, ich weiß, dass du wirst sterben. Aber diese Art und Weise ist nicht gesund. Du musst auf diesen wunderschönen Todesang. Und jetzt kommt der Punkt. Aber die Idee, dass ich mit meiner Familie zusammengekommen bin. Aha... Die Forge wurde nicht verletzt. Wir können sie zurückkommen. Und du kannst Kamaria wieder sehen. Du weißt, mit... ...zum zu sterben. Ja. Das würde mir einen Grund geben, nicht tot zu sein. Ich bin hin- und hergerissen gewesen zwischen uns, deine Familie und dem. Ich bin sicher, dass ich meinen Weg zurückgekommen bin. Hey Leute, es ist alles klar. Bringt das Schiff runter. Jetzt... Lasst uns zurück zu deinem Schraubendreher von einem Schiff. Die Galaxie ist auf uns, um die Hala zu stoppen. Hey! Es könnte ein Schraubendreher sein, aber es ist unser Schraubendreher. Die meisten dieser Schraubendreher ist dein, Peter. Das ist so geil, wirklich. Es ist so geil, wirklich. Alright. Huh. Sie erwartet heute noch keine Begriffe? Starlord! Sie müssen wissen, warum ich dich verabschiede. Admit das. Admit das, was du getan hast. Ich denke, ich habe eine Idee. Ist das, weil dein Sohn auf meinem Schiff und nicht dein? Kann das sein? Vielleicht? Oh. Geh mich nicht, Mensch. Sie haben den Baal-Din verabschieden. Und ich will ihn zurück. Ich weiß nicht, wie du es getan hast. Aber ich will ihn zurück. Jetzt! Ich kann nicht glauben, dass ich das zu sagen muss, aber... Stopp' zu töten, Leute! Just stopp' es. Und dann vielleicht können wir sprechen. Oder was? Du schütztest mein Sohn? Ich werde ihn wieder zurückgehen. Mutter! Well, look who es ist. Bitte, Mutter. Just do so, wie sie fragen. Was planst du mit ihm zu tun? Wenn du ihn verabschiedst, in irgendein Weise, ich werde es ein Tausend-Fall für dich verabschieden. Na ja? Das alles betrifft auf dich. Wenn du nicht willst, dass etwas schlechtes zu passieren, mit deinem Sohn... Niemand hat mich verabschiedet. Ich habe es nur gemacht. Du bist der größte Person, die ich noch nie verabschiede habe. Ich habe immer gehört, über die Insolence von Menschen. Was? Das fühlt sich gut. Ich... Ich kann nicht glauben, dass du sie verabschiedst. Ich wollte immer das machen. Ich weiß meine Mutter. Sie wird ein Kurs für keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung von deinem Freund oder Freundschaften sind sicher. Auch wenn dein Leben im Haus könnten sie zu gefährlich sein. Ich bin Angst, dass sie nicht zuhörst. Wenn du sie nicht gegen sie niemand wird. Ja... Ich werde nicht sagen. Ich bin Angst. Diese Gespräche könnte besser sein. Du denkst? Sie kommt von keinem. Wir haben einen Husten. Schau den Motor an. Ich werde bald wieder zurück. Ja, holen wir jetzt noch Gamora oder? Wie läuft die Nummer? Du denkst nicht, Gam wird dir ein bisschen schmerzen? Und was sagst du? Ich bin sicher, ich werde jetzt etwas denken. Ein Wort von Tipps, Pete? Denke stärker. Gamora? Du hast einen Nerv. Sie folgt mich hier, aus allen Bereichen. Ich habe dir gesagt, ich war fertig. Ich bin nicht in einem sehr gegründetigen mood, Peter. Gehe, oder ich werde dich wegziehen. Oder bist du hier, um zu kämpfen? Ich werde dir nicht leichter gehen. Kannst du nicht ein Hinweis nehmen? Ich habe gesagt, Gehe! Gehe! Ich habe jetzt tatsächlich Gehe! Gehe! Ich habe jetzt tatsächlich kurz abgedenkt. Sorry. Also ich habe keinen Anruf bekommen. Gehe! Moment, äh ganz kurz. Ich habe jetzt auch lesen. Ich habe jetzt natürlich viele